Weil uns ja viele gefragt haben wegen der Flachwitz-Challenge, Chrissi hat schon wieder einen Sprachfehler, habe ich mir überlegt, wir machen das heute mal. Angefangen mitten im Millionton Stanley. Lose geht's. Hab letztens einen Tätel von der Polizei gelesen, drauf stand, suche Jugendlichen Anfang 20, der am Ostbahnhof Fahrräder klaut. Hab mich sofort beworben. Und weiter geht's. Ein alter Mann und ein Punk mit rotem Irokesenschnitt sitzen im Zug gegenüber. Der alte Mann starrt den Punk die ganze Zeit an. Da wird es dem Punk zu blöd und er pöbelt den alten Mann an. Ey, Opa, was glaubst du so? Hast du denn in deiner Jugend wie was Verrücktes gemacht? Doch, brummt der alte. Ich hab mal im Zug einen Huhn gekümmelt. Eine Runde noch, dann wechseln wir. Ich habe mit der Pflanze ausgemacht, sie nur noch einmal im Monat zu gießen. Sie ist drauf eingegangen. Okay. Peter, schimpft die Mutter. Ich hab dich dreimal gerufen und du bist nicht gekommen, was soll nur aus dir werden? Kellnermama. Versteht ihr nicht? Letztens habe ich einen alten Schulfreund getroffen, der in seiner Jugend ein großer Schriftsteller werden wollte. Als ich ihn damals fragte, wie er groß definieren würde, sagte er, ich will Sachen schreiben, die auf die Leute wirklich emotional reagieren. Sachen, die sie dazu bringen, vom Schmerz und Wut. Das ist Chaos. Da kam es einfach alles aus der Nase. Oh, meine Nase. Ich hab jetzt schon Angst gekriegt. Ich hab mich auch echt schön so.